Das ist einfach, wie man etwas falsch macht, wenn man ein Velo hat. Oder keine Kinder, ich weiss nicht, was es ist. Es ist nie langweilig. Es ist nie langweilig. Und dann die verdammte Radarkäste. Einmal habe ich einen schönen gesehen. Radarkasten, bekannt, ich weiss, wo er ist. Bremse. Bremse. Dann sind sie mobil einfach 500 m weiter hinten. Was ist schon passiert? Ich habe keine Chance mehr. Absolut keine Chance mehr. Wahnsinnig. Wisst ihr z.B., ob ihr in der 60er-Zone, in der 50er-Zone, in der 80er-Zone kämpft? Jetzt könnt ihr die Häuser kurz. Ich habe das gestürmt, das ist Wahnsinnig. Die vom letzten Jahrhundert, das ist mir noch mit den Rossum. Oh, die fehlen noch. Jetzt noch die mit den Rossum. Schön. Das Stück heisst Five Foot Two Eyes Are Blue. Dann machen wir eine kurze Pause. Ich danke euch, dass ihr da geblieben seid. Und wie gesagt, laufen wir nicht davon. Wer restrictions macht das so gut, und das sei, dass wir noch auf den Rossum gehen ? Ja, jetzt haben wir die Gleich helped uns blinden. Ein paar Mal inventiert. Aber jetzt gehen wir zwei in die affiliateze, w melts die für denkeer zum Flatten. In es gab es noch auf ihren Grazum undBS. Bei der Yaß? Sie haben die Leute imographics5000-Dwww. Nein, vorbereitet uns k待って runter. Eine goldチöung Dinge. Musik Musik Yes Thank you Machen wir eine kurze Pause Merci 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 Merci